Maershel Heshbats Maershel A. Ali ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben. Der an der New York University ausgebildete Ali stand aber auch in vielen Theaterstücken, darunter der Kaufmann von Venedig auf der Bühne. Ali gehörte in der ersten Staffel zur Stammbesetzung von Crossing Jordan. Pathologin mit Profil trat als Gast in mehreren Fernsehserien auf, darunter einer Episode von CSI. Den Tätern auf der Spur und übernahm eine der Hauptrollen in der Mystery-Serie 4400 Die Rückkehrer sowie in Threadmatrix Alarmstufe Rot. Er übernahm außerdem eine Nebenrolle in David Finchers Der seltsame Fall des Benjamin Button. 2012 war er im Drama A Place Beyond All Pines zu sehen. Seit dem Jahr darauf ist er in der US-Serie House of Cards in der Rolle des gut vernetzten wie schlagfertigen Lobbyisten Remi Danton zu sehen. Filmografie 2001 zu 2002 Crossing Jordan Pathologin mit Profil 2002 Haunted 2002 New York Cops NYPD Blue 2003 CSI Den Tätern auf der Spur 2003 Making Revolution 2003 zu 2004 Threadmatrix Alarmstufe Rot 2004 zu 2007 4400 Die Rückkehrer 2008 Umis Heart 2008 Der seltsame Fall des Benjamin Button 2009 2009 Crossing Over 2009 Light to Me 2009 Low and Order Special Victims Unit 2010 Lights Out 2010 The Wrong Man 2010 Predators 2011 zu 2012 Alphas 2011 zu 2012 Treme 2012 Alcatraz 2012 The Place Beyond All Pines 2013 Go for Sisters Seit 2013 House of Cards 2014 Supremacy 2014 Die Tribute von Panem Mockingjay Teil 1 2015 Die Tribute von Panem Mockingjay Teil 2 Abio Bclockwise Vamos tus послед 2006